Frau Alessandra kann das vielleicht. Das wär eigentlich schön gewesen. So, 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 so. Das hat das eh tun. Ich hab das schon gemacht, weißt du. Aber man merkt, dass hier in der Lobby sehr viele Hackers drin sind. Man merkt das Ultra. Oh, Beppo ist live. Ja, ich bin live. Willst du bei den Kabin gehen, Beppo? Den hast ganz allein. Ihr könnt ihr hierher kommen. Nee, nee, weil er lang sind. Wieso? Keine Ahnung, geh freuen. Ist das nie, bitte? Ja, meh, so dank für ne. So. Schauen sie an, ey. So viele Hackers in dem Game, das ist nicht mehr normal. Oh, TikTok Stream ist auch on. Na ja, Panda, ich hab meine 1.500 erreicht. Ich bin jetzt auf 1.676. Oh! Auf TikTok raus. Ja. Sensationell. Freut mich. Glückwunsch. Ich werde dir jetzt in meinem Urlaub auch mir etwas Zeit nehmen, wenn man mehr Shortcuts-Videos hochzuwärte. Ich bin sehr, sehr, sehr frem auf sozialen Netzwerken. Ich muss dir gleich folgen. Ja. Musst du mir gleich deinen Link reinschicken. Der Support ist kein Mord. Halt die Klappe. Halt die Schmacken. Halt die Schmacken. Sag das nie wieder in meinem Discord sonst kannst du gehen. Ja, stimmt. Entschuldigung. Das ist ja... Das ist die Sega TV. Das ist die Sega TV. Das ist die Bangefah. Gehst du, ähm, zu Sega TV. Was siehst du denn da? Das sieht richtig lecker aus. Wieso guck am? Was ist das? Es sind so kleine... Komm aus der Sabelle, Croque Monsieur. Wie nennt man das? Papa, wie nennt das Croque Monsieur auf Deutsch? Äh, das ist auch auf Deutsch. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach Toast und mit Käse, Schinken und Toast. Und das in einen Grill dann reingeschmissen. Guck. Und dann hast du noch so Käse drauf. Nee, das ist geil. Käse bei uns nicht. Das sind ganz normaler Mini. Musst du hier herkommen. Du kannst mal ein paar rüberschicken. Machen wir Bestellung. Über der Heil Expressversand. Die Kosten übernehme ich. Was laberst du? Was du nicht laberst? Was laberst du? Wanda, ich habe ein Meme, hab ich es reingeschickt den Link. Dann kannst du da hingehen. Oh, muss ich... Muss ich jetzt noch einen zu TikTok machen, ja. Ich muss, ich muss jetzt für... Ich muss Beppo folgen. Da muss man seinen ganzen Social... Social Network hier gehen. Ich wusste nicht, dass Beppo so erfolgreich ist. Nein, Beppo ist... Der nächste... Hugo. Kann nicht. Der nächste Hugo. Oh. Kennst du HugoTV? Let's Hugo ist das. Kennst du Let's Hugo auf Twitch? Natürlich, wir kennen ihn nicht. Er ist Luxemburger. Der wohnt hier bei uns. Ach du, hast du mir erzählt. Der wohnt 20 Minuten vor dem. Also deswegen, Beppo wird der nächste in der Turo. Ich werde Mom Turo. Er wird Hugo. Ey, ich habe kein Down-Syndrom. Ich werde Turo, man. Irgendjemand knackt da was gerade im Flur. Ich knack auch irgendwo anders. Es knistert. Ich weiß. Es knistert. Die ist so süß, wenn die so kommt. Oh. Das ist doch sensationell wie süß. So, die kann ich überwiesen. Ich muss das ausweilen. Ja, da hast du auch noch mein YouTube. Beppo, schick das... Ich habe YouTube-Kanal-Dingen. Ja, ich weiß nicht, wo ich das hin schmeißen soll. Unten bei YouTube-Kanal. Beppo, ich brauche deine Social-Netzwerk-Daten. Denn ich möchte ihnen folgen. Ja, die Meme. Er hat sie doch gepostet, Schatz, bei Meme. Wir sind hier nicht mal auf Discord miteinander alle befreundet. Was soll das? Ja, ich muss dir mal eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich bin mit jedem befreundet, ja? Ich suche Freunde. Ich habe keine. Beppo? Wir sind befreundet, ne? Ja. Alexandra und ich? Wir sind befreundet. Claro que si, amor. Warum bin ich mit... Ich will nicht mit Panda befreundet sein. Du bist egal. Ich bin auch mit Kevin befreundet. Laura spielt gerade vor Ort, als sehe ich gerade. Aber sie streamt gerade nicht. Die behindert? Wie bremst? Oh, ich habe mich gebremst. Nein, das muss ich in... Ey, hallo? Bleu zu machen! Jetzt würde ich so an die Biederneut. Frau Damm, sie müssten immer schön sprechen. Weißt du was? Was? Verletzt! Wie kann doch bitte zustande? Haben sie den Finger irgendwo hingeführt? ich mache ich immer stress ich muss ihn auf einem plattform folgen der idee ist fähig man dazu viele followers man das ist nicht mehr normal ich bin ab heute dein neuer fan offiziell und gibt es von ihnen so klamot merch irgendwas da mache ich werbung leider nicht schade kommt vielleicht irgendwann aber sowieso kommen noch meine persönlichen e-mails für den chat meine künstlerin macht mir die gerade es ist richtig geil also ich muss wirklich sagen sie ist die beste weil ich habe hier einfach nur eine grobe beschreibung gegeben ohne eine richtige idee zu haben und die hat da was hingezaubert in fünf minuten und ich sage es ist genau das was ich will ich sagte ja mach irgendwas in einem zeichen stil wo mich und mein name identifiziert da hat sie so einen geilen schokoriegel gemacht mit zopf in mit einem anime-gesicht sieht richtig geil aus und weil sie weiß dass ich oft im stream sitze und man sieht oft meine brust er hat sie dann die verpackung so aufgeregt sind dass man dann die brust so sieht er ist immer so da ja typisch italiener hat jetzt mal ich wusste nicht dass du beppo eine live show hier direkt gemacht beppo zieht sich jedes mal ein stückchen mehr aus ja ich kriege immer in den chat geschrieben ja okay warte bei mir ist werbung gerade bei ihm werbung wie geht es ihnen geht es ihnen gut jetzt freut mich du stinkst weißt du das du stinkst übelst krass er stinkt er stimmt so schön er muss die zähne gemacht bekommen du bist bei game aus um die dingen oder was partner ja hast du dich selbst beworben oder kamen sie auf dich zu ich habe mich selbst bevor heute hier zu tun also da sind die ganzen kanäle von ihm markiert also dann wollen wir mal einmal auf tik tok warum knurrst du so ich folge ihnen einmal auf instagram komplett sofort so ein lutscher was ich bin ich bin ich bin der erste bei ihm auf instagram hat ein follower hier ja der ist erst neu eröffnet wurde er hat neun ja ich habe neun weil es war richtig kompliziert geworden weil ich hatte nämlich ja die name beppo schocker als mein privaten account und den muss ich ja um ändern da habe ich jetzt mein privaten auf auch mal bürgerlichen namen geändert und musste dann den namen sperren lassen für dass ich ihn nutzen kann für meinen anderen account mein guter hat was gefallen also ich glaube ich glaube du musst dein ding dein account von instagram müsste öffentlich sein ist ja nicht öffentlich ja ich muss den sowieso ich habe noch viel zu tun ich muss noch verschiedene poster vorbereiten warte ich guck mal selbst weil ich hatte nur die bestätigung hör auf du stinkst hast du die benachrichtigung bekommen was ich doch gefolgt moment muss mal schauen ich folgte jetzt auch überall nur liebe für den schokoriegel ich folge auf tik tok ja habe die leute die denen ich folge auf tik tok das sind so gestörte menschen einfach nur wer hat jeden zappel ausgeballert ein ob die langes ob nein das ist bei die kim mehr auf youtube gefolgt ist streamt auch gleichzeitig auf youtube jetzt nicht jetzt nicht aber normalerweise ja normalerweise ja wir dürfen noch nicht auf kick haben wir auch gemacht nebenbei kick wächst bei mir sogar mehr als twitch ja kick ist auf jeden fall für ein kleines klima sehr sehr erfolgreicher also kommt die stelle hoch und kriegst eigentlich auch geld ohne ohne zuschauer du bist denn dort nach stundenlohn bezahlt und das weiß ich aber ab einer bestimmten follower zu für mich beobachtet ich weiß nicht wie es euch geht nein jetzt kommt mein hund guck doch nun guck doch nun du hast du hei knuff warte man sagt dir hei bebo ja er soll man den lenkrad geben nämlich da kann man nicht fahren oder der fährt richtiger wie ein deutscher der junge nicht meiner schau mal wie er fährt schau mal mich an wie er fährt junge das ist das ist sein ernst wie so kann er das dann nein so jetzt baut der umfall jetzt baut der umfall jungen du musst blicken wie war das wo ich so er so und so und warum finde ich dann tik tok nicht doch doch post kevin ich schick dir überhaupt auf tik tok ich habe die gerade entfolgt doch ich habe ich habe euch als follower bekommen was sie mit alles andere hier würde die höre ich nicht mehr so ist die noch anwesend hier in diesem kopf alles gut sensationell die nichts zu sagen meine mutter die seine katze ist weglaufen ich liebe es bei euch diesen akzent ich schwöre ich liebe es wenn ihr einfach so redet aber ich kann den haben wenn du willst ich kann die ganze schnelle so reden die alle sondern aber da muss auch machen dass es nicht so eine angewandte ich will ja auch nicht die leute glauben mir alle nicht dass ich keine deutsch bin ich will auch keine deutsche das sieht man es meinte jemand ich will eine portugiesin geil sieht deine mama aus wie eine portugiesin nein meine zu mir sagen sie immer ich sehe so aus wie ein wusste oder wie ein pole aha heute gestohlen morgen in polen ja wo warst du all die zeit ich war verschollen also beppo wird hier voll berühmt warum der ist auf tik tok ist ja schon mega famous sag ich nicht so man muss mit der generation gehen lieber passt das muss man noch mal lernen du warst du warst du warst so lange weg ich habe den namen schon vergesst aber freut mich dass du auf tik tok ich bin jetzt auf 1676 verlor ich weiß gar nicht wie viel ich habe bei weitem nicht so viel äh 452 ich habe 1000 irgendwas aber davon sind 1000 gekauft ich wollte gerade sagen du hast gekauft ich habe ja auch die ersten also ich habe ja die erste tausend ja auch gekauft dass ich direkt streamen kann aber trotzdem 676 für den vierten stream bin ich zufrieden das heißt das heißt du streamst nebenbei noch auf tik tok ja ich kann euch die adresse von beppo geben du weißt doch gar nicht wo ich wohne ich frage brennen der ist bei uns versichert ach ja richtig doch du kannst wissen wo ich wohne schnell rausgefunden ich komme nicht an meine dose oh knuff drück mal die daumen dass das paket heile bleibt ich habe das war gut eingepackt da drin aber ja du kennst ja die ich freue mich ich freue mich ich bekomme ich bekomme eine schneekugel von hamburg was für eine schneekugel ja ich habe eine schneekugel gekauft als ich bei ihm war und die ist kaputt gegangen und wir haben keine neue gefunden gesundheit 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 und Marcel hat mir jetzt eine neue gekauft kriegst du als hamburger Rabatt wenn du Merch aus deiner Stadt kaufen nein aber passante ist voll teuer nach luxemburg ey wirklich ohne 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 paketversicherung 11 euro mit paketversicherung 16 ich habe auch für kiki 13 euro oder so ich habe das ich habe den falschen beruf gelernt ey 16 euro alter kann man deswegen mache ich immer große so pakete aber ich stopfe die wirklich voll um oder da sind sie noch schwerer weil ja und ich wir haben uns immer pakete geschickt von hamburg und also ich habe ich habe ich habe das Ding in papier eingewickelt und dann noch mal zusätzlich in luftpolster folie aber auf dem foto das war nicht deine hände ne das waren so bringen ich habe nicht so eine kleine hände ja wie geht es euch denn so nur noch morgen arbeiten dann habe ich wohl ich habe ich habe wochenende aber ja mir geht auch so ganz gut gut von der arbeit aber sonst ich habe meinen hat fähre abgeschossen die konnte moment da muss ich ganz kurz mein anderes headset umschalten weil ich muss in die küche so qualität ist zwar scheiße aber macht nix das muss mir jetzt mal erzählen er hatte einen ausraster nicht gemeldet haben dann hat er mich überall gelöscht playstation ja dann hat er mir gestern morgen gestiegen leid tun er würde sich entschuldigen wollen ich hatte aber schon mit zahlwand alles andere darüber geredet und alles dann aus meiner dann bin ich auch gespannt dann haben wir gerne gleich gerne mal auspacken auf jeden fall dann ich habe ihn geschrieben dass ich mich das nicht mehr will also da kann man ruhig mal klatschen doch du hast es den größten ein alle panna was sagst du dazu du kennst den vorgärten auch schon du kennst den vorgärten schon ein bisschen mehr solange so lange kann ich denn nicht die kämpfe nach das sind aber ja allein alleine nur wegen was ich da erzählt bekommen auch mit blöd und behindert ich glaube ich wollte ja ich habe mal gesagt er werde man ja ist auch so das habe ich kann auch schon so aufgesagt aber sie wollte nicht auf mich hören also ja aber schön dass wir die gleiche meinung haben ja aber trotzdem glückwunsch kämpfe ist quasi zweiter geburtstag ich drücke die daumen dass es auch anhält nicht dass er dich anerwartet irgendwie kontaktiert ich habe salva und alessandra versprochen wenn er sich meldet sagt ich sofort bescheid gut dann versteht sprichst du es automatisch auch mir finde ich gut ja er hat ja gestern geschehen geschehen den beiden er hat aufgenommen also ich habe ihm gesagt es geht nicht mehr ich will das nicht mehr da hat er wieder angefangen zu manipulieren als er gesagt hat oh ich bin ehrlich das so zerstört mich jetzt komplett ich habe alles an der screenshot geschickt und dann hat er noch was geschrieben aber ich verstehe deine ansicht und ich wünsche dir alles gut er war alles klar und da hat sie geschrieben sind ja auch und da habe ich mir er hat versteht deiner meinung das fällt ihr jetzt auf kannst du mir doch nicht ein strikt drehen weil ich mich ein paar tage nicht gemeldet habe weil ich keinen druck du kannst ehrlich wir hören uns oder wir schreiben uns auch ein paar tage nicht das ist mir doch egal solange dem nichts passiert oder so ich meine dass ein privat das ist mir schon was anderes weißt du keine ahnung weißt du salva schreibe ich ja auch jeden tag oder er mir oder alessandra out und wenn sie mir nur tik tok schreibt aber bei ihm weißt du er hat mir geschrieben du nervst mich dass du mir jeden tag schreibst dann höre ich auf und dann regt er sich auf dass ich mich aufhöre die kim schickt mir immer nur preis bilder preis schilder aus letzter preis ist der gut für die pc der pc den ich dir geschickt habe den kompletten overkill dafür 5000 der ist jetzt im angebot bei jiffi käme du bist wahnsinnig du brauchst keinen 5000 euro pc ich will ihn auch nicht haben aber besser und ich haben halt über den gesprochen der eine von 1200 war absolut ok für was brauchst du den pc meiner läuft ja momentan leute chill ich kaufe mir nichts nein aber die die frage war jetzt von mir wofür brauchst du den zweiten pc also diesen pc ersetzen ja dann macht doch einfach nur neue teile rein ich habe keinen bock das machen dann macht das beppo ich werde einfach ausgenutzt ich werde nicht gefragt er braucht das einfach ich hätte gesagt ich mache das auch aber so gut kenne ich mich ja auch nicht ja und dann guckst du auf geil teils oder so und dann wusste ja die nächstbesten teile raus ich gehe mal auf idealo gibt ja oder so ist aber scheißegal aber ja du brauchst keine high-end grafikkarte ich meine du bist kein noch der bis noch kein streamer der übelsten konnte bringen muss noch so der jeden tag irgendwelche neuen spiele spielen muss ne dementsprechend darf ich nur was sagen findet ihr nicht dass der hund voll fett auf sie ich nenne ihn immer ein ein butters knippchen fette ratte eigentlich fett ne 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 dicke butterpraline nenne ich ihn immer guckt ihn euch an der ist nicht fett ey luft bist du fett? solange er noch laufen kann ist ja alles gut auch wenn er fett ist kann er laufen solange es essen gibt neue teile hin das muss ja kein heilend sein aber auch keine 5.000 euro da vom studie fall ich glaube ich habe keinen dritten nur ich habe meinen zweiten jetzt hochkant gemacht ich habe eigentlich ich brauche eigentlich nur einen dritten damit ich wenn ich im internet irgendwas suchen muss während des streams oder so dass ich da das auf den dritten machen kann ja aber ich habe mir ein laptop jetzt genommen so mache ich ob er ist auf eine hälfte und internet weil der ist ja nie plötzlich angeschlossen und ich konnte nie reaction videos machen im selben stream weil irgendwie ist mein obs immer abgekackt aber jetzt kann ich alles switchen in einem stream aber ich weiß auch gar nicht ob das meine grafikkarte mit macht weil ich da jetzt noch einen dritten bildschirm rennklemme wer wo du läst ernsthaft ich weiß das habe ich gemerkt weil auch das spiel hatte einmal kurz immer normal wenn es so weiter geht mache ich eine atombombe er hat er hat das nicht glaubt mit dem kontroller ich weiß ich habe es mal wieder gesagt aber er hat nicht geglaubt er hat er hat sich wie spielt sich der neue controller gut schau mal wie du siehst 16 kills ohne zu sterben welchen hast jetzt den den dem ps es gab den eigenen aber ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen was hast du brauchst so viel paddles näher das reichen 222 ja eben was sei ich habe mir auch nur den kontroller gekauft da mag ja alles so viel geld oder was ich habe mir den xbox elite 2 genommen der weimann gewollt ja weiß ich bin schon klar ich mir die 920 allerdings kann zu holen für 50 euro jetzt im angebot und ihr holt euch die ganze neue kontroller du hast den bildschirm geholt dass du bist raus musst du mal mit anreiter wie ich was ihr glaubt ich spiel mit demselben ich guck mir nicht weil er will flexen komm stream zu eigentlich spannet liebe ich mach grad ne stream pause wie wie man hört dich doppelt wenn man deinen stream guckt ich dann muss da muss man streamen stunden ich überleg grad was ich streamen soll ich hab einen post gemacht bei insta oder im neuen live wenn ich jetzt momentan keine lust drauf folge ist es so für eine stunde überbrücken ich hab jetzt mal meinen operator freigeschaltet man sieht ja bis heute ist der letzte tag glaube ich die beta glaube ich ab morgens offiziell für jeden feier hast du gerade hinten gesehen die tara sich vorbeigeschlichen hat die spotze nein ich habe nur den schwanz gesehen das ist auch müll ich will die katze haben ich will die katze haben weißt du was sie vorhin gemacht hat erst mal eine halbe dose geäxt ich mach mal mit der kamera und dann könnt ihr mal sehen wie das licht jetzt ist so dunkel der woher hat die stromrechnung nicht so ich bin hell beleuchtet aber irgendwie du leuchtest das ist alles immer noch so dunkel das stimmt man der kamera ist nicht ich muss sagen dass es so viele hacker ist jetzt in dem game drin das ist nicht mal normal es ist noch keine hacker unterwegs also auf pläser ich bisher noch kein gefunden gestern war es enorm extrem schlimm ja gestern wurden wir gebürstet jetzt macht sie das weil ich sagen wir mit den pfoten das heißt sie ist sie ist gemütlich aber das tut weh ja das ja ich bin nicht gemütlich hauptsache der katze geht's gut hauptsache alles gut der fordner job ist auch wieder müll aber die haben jetzt zombies skins von dem fußball dinge aber in geworfen alles aber du ekliger und du ekliger das ist schön sie tun mir weh die ist eine lüge ich muss noch mal den dings anmachen er hat einen geilen pullover an wer danke ist von chicago bulls oder ist von anna armor unser rock dass sein logo willst du nicht kaufen den gibt es nicht mehr denk an deine schuhe den gibt es auch nicht mehr zu kaufen ich weiß die ins ohr rein nur alessandra sie macht mich nicht sonst wird sie nicht anguckt sie dir an dieses dicke stück weißt du noch wie mager sie war sie ist immer noch so schlank ich krieg sie nicht wetter sie war sie war richtig mal sie war ja sie hat ja gedacht dass sie krebs hat guckst du da süße guckst du beppo an ja warum öffnet mein pc bing sie guckt beppo streamen und wenn beppo sich bewegt soll ich die fischchen anmachen komm ich mach die fische an ich muss noch mal ganz zu meiner mutter meine neben zwei sind dann gekocht ja hier gibt es nicht die sind neben zwei mit zwei das ist cooler geschmack die die du am samstag bestellt hast ja sie gehen zuhause in den briefkasten das heißt du alessandra wieder auf den ekran guckt guckt viele schauen ein pinguine sie verlassen einen kontaminierten bereich kontaminierter bereich das sind pinguine zusammen ja die messergebnisse sollten uns aufschluss darüber geben wie das diese auf andere chemikalien reagiert wir haben neuen dingen ja komm wir gucken wir die fischchen gemeinsam an guck jetzt hast du delphine können wir delphine angucken das sind große fisch wir haben was wir brauchen ich übrigens bald eine lohnerhöhung 15 euro die stunde kriegt man einfach man einfach man kompletten euro hochgegangen aber ich denke mal ab januar macht das ich glaube dieses jahr macht sie es nicht mehr wenn ich das bekommen würde wenn ich das bekommen würde wird es trotzdem nicht ab also auf meiner Meinung das sind ja im Mono leider nur mehr ich meine ich bin nur verkäufer ne kim und 15 euro für einen verkäufer ist extrem gut hier in deutschland bist du ausgebildet? ich bin ausgebildeter verkäufer ja ja dann passt das so auf jeden fall ist es ich meine bei der Porsche habe ich 1432 verdient so auch ein paar Cent mehr als jetzt aber ja dann verdiene ich mehr als bei der Post ich merke gerade ich bin immer noch bei meinem Headset eingestellt guck ne Möwe ne Möwe 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 sind ultra scheiße da ist mein Plug wieder hm ne so das weiß ich nicht was es ist hm es gibt es bei Amazon da sehe ich wieder neue Mikros was hast du getan? ich glaube das ist krass das Highlight ihrem Leben das ist ein Tukan das ist ein Tukan kennt sie? sie sind auf der Kaffe wenn sie jetzt gleich in den Bildschirm springt dann haben wir hier Rambazamba Panna hast du dir von Amazon was geholt? mit denen angeboten Bibi meinst du mich oder? ja du bist Panna ist noch jemand Panna hier? hm ne also was sollte ich mir da holen wer hat keine Ahnung ich durfte mir kein Geld ausgeben warum durftest du nicht? wer sagt das? Kim hat Ärger gemacht ach Kim du wolltest dir unnützigen Blödsinn kaufen ich was wolltest du dir unnütz kaufen? ich weiß es nicht ich weiß es nicht mehr du kamst zuerst mit dem PC wo du deine Seele halt verkauft hast ne ja danach äh kamst du mit äh Controller 1 hier und dann Kappe hier und ja Kappe ist für mich wichtig das ist ja mein Marken ich hab ja Musik aber du brauchst noch eine auch du bräuchst es aber zu ja denkst du ich will jetzt nur mit einer Kappe herumlaufen du bist ja witzig du bräuchst nicht zuerst mal einen Nintendo Controller damit du wieder Pokémon spielen kannst das ist ja genau das gleiche wie du kriegst jeden Tag die selbe Unterwäsche an nein ich hab aber die kannst du wenigstens umdrehen ich wollte sagen drehst du die nicht um? ja meine dreh ich nicht um oh Salva du stinkt hier dreh die doch wenigstens um ich steck doch nicht meine Kappe in der Waschmaschine rein oder so ich hab dir doch gesagt wie du die Kappe sauber kriegst mit der Spülmaschine mit der Spülmaschine nein du kannst du kannst Backpulver was ist das Alessandra Backpulver mit weißt du wo jemand das Zahnbisch da so drüber putzt also ich ich muss mal kurz dazwischen grätschen es gibt extra Halterungen für die Waschmaschine ich hab aber keinen Ding er hat Angst vor einer Waschmaschine deine Waschmaschine? es war die Waschmaschine ne die du nicht äh die du nicht magst wo weißt du denn deine Wäsche er wohnt ja bei seinen Eltern ah oh Luxus noch ja manchmal würd ich mir wünschen auch bei meiner Mutter zu sein ne 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 ich würd ich würd ich würd auch gerne wieder zurück gehen guck das ist ein Tiger du stammst von diesen Tieren ab ich weiß nicht ob es ein Tiger oder ein Löwe ist aber du stammst von Katzen von einem Tiger eher nicht von einem Löwe guck 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 er ist gestresst das ist schwarzen das geht gerade so oft bei mir ich guck nebenbei zu ja es ist wie ich selber gesagt habe ich finde der controller ist ein unfairer vorteil gar nicht wahr das ist genauso wie mit einem skopf normalen aber du kannst dich einfach kann das ich habe auch mit normalen controller mal überrasiert du brauchst nur movement und es geht es geht wie viele kills bist du hier ja ich such dir ein anderes ja hier kannst du Bären gucken, Bären wird auch nicht besser aber wenn du glaub mir mit uns kaufst, bist du einfach nur im Vorteil ja man muss aber damit klarkommen, du hast Leute die wirklich gar nicht damit klarkommen wenn du damit klarkommst, hast du definitiv einen kleinen Vorteil das ist von einem einfach so viel zu da ja wie viel kosten die normalen Controller 80? 60 bis 80 ja und dann hast du sofort diesen Scaf und der schießt mit 240 du kannst aber jeden Controller zum Scaf umwandeln also kommst du gewünsiger ja aber es ist trotzdem nicht aber ein originaler Scaf da ja ich spiel hier zum Beispiel auch gerne mit den Triggers weißt du mit den Triggern mit den was? mit den Triggers ja erklärst du, versuchst du die Schultertasten ja du musst ganz minimal reindrücken und dann geht der Schuss schon los wir müssen der Kim unbedingt so ein Lexikon kaufen, ein Gamer Lexikon das sehe ich den Begriff für den warum denn? als hätte Alexandra das jetzt verstanden Alexandra ist ein NPC, sie braucht das nicht zu wissen sie ist ein NPC sie ist ein NPC siehst du, sie weiß mal nicht was ein NPC ist das weiß ich das weiß ich du schnuchst so laut, dass man dich bis ich weiß nicht wohin und was her, geht es weiter live? ja, um 21 Uhr da ist er gleich ja sie kämen eigentlich gut so von der Position ja ja manch, ich hab auch einen Aim, das ist nicht mehr schön was machst du? was machst du? suchen sie nach den entsprechenden Informationen du bist keine kleine Katze, du kannst dich nicht im Kreis trecken das weiß ich nicht das ist zu groß die Katze kannst dich nicht richtig gut dünn machen guck dir das hier an, ich krieg den immer voll in die Fresse guck dir das an hm oh schön Schwanz das muss man ihnen lassen voll den Schwanz in die Fresse voll den Schwanz in die Fresse nicht wie Covid hier hm da ist ein Fleck, spielst du ich glaub, wo das vor allem die Schützer war, hab ich ja nicht mehr dann spielt Call of Duty, äh Panda spielt ja zu ihren Diensten, Sir wie bitte? wenn Marcel Call of Duty spielt, spielst du doch mit keine Ahnung von mir Bibi ja oder nein ja, will ich mitspielen dass er nicht alleine ist dein Support ist ja kein Mord, hm halt, ich hab das gesagt ich werf dich raus ich hab's dir gesagt Nee, 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 nee Nee, 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 nee Geh zu deinem Sega Oh aaaah, jetzt fängt das schon wieder an ja, ja, du hast ja gesagt wenn deine Mi Amore oder was für deine Scheisse gegeben そら Weil da ist deineija Es gibt GOT-Fratellu liebe Ja, Sega ist deine ASStar ja Warum nicht wir uns verlieren? Sei der Scheiß. Nicht Marcel, Support ist kein Mord. Support ist kein Mord. Doch, bei Kiki. Oh Marcel hat ja gar nicht die Laura gesehen. Marcel? Nö. Ich schick dir was und gönn dir bitte das Video bis zum Schluss. Genieß es, es ist Krebs für die Augen. Nö. Du tut mir weh du. Ich tut dir nicht weh, ich zeig dir ihre Liebe. Nimm den Schwanz aus meinem Gesicht. Es klingt ein bisschen, aber hör auf. Der kleine Lulatsch. Jetzt drückst du mir die Qualen rein. Aber ehrlich, wie benutzt du mein T-Shirt? Der ist geil. Der ist sexy. Wer ist das T-Shirt? Meins. Dreh dich nochmal um. Der ist geil, ich weiß nicht ob du hast man. Dreh dich nochmal um, komm. Ah, Toni Chopper. Geil. Jetzt musst du noch deine Uhr zeigen. Die hast du auch wohin geschneckt. Wir müssen den nächsten Raum sichern. Wechsel gar nicht. Das ist ne kleine Uhr. Zeig mir die Uhr nochmal genau bitte. Nein. Mach mir ein Foto von der Uhr bitte. Wenn sie das genug kaputt gemacht haben. Ich geh nicht davon aus, dass es ein Schein oder ist. Ich geh nicht davon aus, dass es ein Schein oder ist. Ich geh nicht davon aus, dass es ein Schein oder ist. Als würdest du was antragen, was... ähm, tragen was... Antrage. ... was so billig ist. Ja, was so billig ist. Guck ihn dir an. Nein. 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 Neun Minuten. Ne. Zalva. Du hast das jetzt mit Achtung geschrieben. Hab ich nicht... Also ich kann dir den Namen sagen. Komm bitte. Ja. Also ich sehe dann... Nein, 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 nein. Ich hab gar nicht. Sag den Namen bitte. Ich hab ihn in Taiwan. Aber das ist die der einzige Taiwan. Das ist die Namen von der Uhr. Doch, die kann ich die Marke sagen. Bei der unendlichen Weihaus aus... ... ist unlogisch anzunehmen... Nein. Mit A an. Mit A. Ach, mach nicht. Nein. Der Uhr. Der Mars verfügte einst über riesige Ozeane. Ah, ah, ah. Viele Elemente der Erde konnten nur durch die hohen Temperaturen... ... einer Supernova entstehen. Zwar gibt es auf einem anderen Planeten... ... unserer Sonnensystem zu geben. Welche Nation? Der Ort ist es möglich, dass die Bausteine... ... mit ihren Hilfe einzelliger Möden... ... zu komplexen Lebewesen wurden... ... in Existenz als Asche... ... mit der Erde entfernen... ... und sterben... ... und sterben... ... und sterben... ... wer? Oh, den nach. Der Name. Wie? Oh, den nach. Oh, du machst die Key, ja. Ha! 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 Das ist ein Schweizer. Ich dachte, dass man sich mal nehmen... ... man... ... muss ich dir eine Tissot nehmen! Oh! Schweizer Luxusuhren... ... dann weißt du, dass du bei Salva bist. Die Menschen beobachten die Planeten... ... seit Jahrtausend... ... Bibi, mach mal so. Aber erst jetzt beginnen wir... ... einige ihrer Geheimnisse aufzudecken. Nein. Mach mal so, Bibi. Unser Zuhause mag nicht... ... der Mittelpunkt des Universums sein. ... aber bis hier ist die... Okay. Das hier muss ich auch auf meiner Arbeit machen, ne? Wenn die Leute ihre Ohren kaputt machen... ... muss ich die Ohren so... Ich kann doch ein Experte lernen. Sie? Schatlaska... ... letztes Mal habe ich so eine richtig geile Rolex bekommen... ... und ich war so... ... fällt das auf, wenn ich ihn nicht brauche? Ich geh jetzt mal... ... witzig halber... ... einfach so... ... ähm... ... eine Preise... ... guck mal... ... noch mal... ... noch mal so... Mach es, du weißt! Ich krieg sowieso meinen Willen! Also mach es! Ich kann ja auch die Serie sagen, dann kommst du gleich... ... gerecht! Ist er tot? Ist er tot? Wenn du... ... hier... ... warte... ... komm nicht anscheinend... ... Mann... ... hier steht der... ... hier steht der Preis auf... ... H... ... Schweizer Franken... ... kann die Schweizer... ... Tata... ... Tata... ... Tata... ... bitte... ... bitte... ... scherz... ... also ich hab die hier... ... ich hab die gefunden... ... ich hab meine Serie nun mal eingegeben... ... und dann... ... ich kann aber die Seite nicht öffnen... ... wie viel hat die gekostet? Ich hab die hier nicht gekostet... ... sag mir bitte... ... ich hab die nicht gekostet... ... ich hab die nicht gekostet... über 50 Karten ich habe mich hier für 34.000 was arbeitest du guck ihn dir an, der sieht doch schon aus wie ein Einzelzimmer ja, deine Tiere sind wieder er hat sie ja nicht gekauft, der Volk er hat sie wahrscheinlich geschenkt bekommen gefunden? nein, also mein Oka war ja nicht dein Reich und ich habe ja seine Wertgegenstände quasi bekommen ich habe das ist aber nicht meine einzige Uhr ich ziehe eigentlich Uhren also in so einer Klaft eigentlich nur wenn ich zum Beispiel auf eine Haufzeit gehe oder... ja die würde ich auch nicht freizeitmäßig anziehen weil sie steigert noch also man kann sie auch so rein nehmen so von analogen Uhren gibt es nur eine die ich richtig geil finde und das sind die Modelle von Jacob & Co ja die sind auch nicht schlecht ich habe auch Rolex aber die feiere ich nicht so weil das abgelutscht ist mach meine Meinung ich habe auch eine Day-Date ja das Design ist halt altmodisch ja das Design finde ich schön das Design finde ich schön aber es sind halt so viele Leute die wir heute haben sonst mag ich halt nicht feiere ich nicht so das ist richtig nice da sieht man das? Uh sehr robustes Design ich finde sie geil also vom Design her finde ich sie richtig geil alles funktioniert so ertel so מש zus das ist automatisch und so alles wo man dran Seega ist online Seega TV evoli ja Ja, schreib ihm drin, dass er deine große Liebe ist. Ich hab mir gerade ihm geschrieben. Dass du ein Baby von ihm haben willst. Streaming macht noch... Was macht was? Streaming macht gemeinsam noch mehr Spaß. Hol noch Gäste in den Chat. Ja, das weiß ich. Geheu, ihr hättet wasch. Was? Geheu, ihr hättet wasch. Was schiefst du noch? Das ist der Protein. Schließt den aus. Ich möchte schnell pupsen. Ja, das ist der Protein-Kischlscher. Ich habe eine Brudelka auf die Söhne genommen. Ihr wollt, dass ich wuchten muss. Wenn ich mich wollte, ich sie den püchern schütt. Hatte ich gesagt. Schon dein Mimler ist gespielt. Ja. 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 was daran flexen ich habe mein handy wenn ich unterwegs bin dann ich hab noch nicht ich hab also ich verstehe nicht warum ich meinen scheiß ich bin sowieso nicht bei spotify von napoli das ist eigentlich baby blau aber ich weiß nicht ob du dieses baby blau hast du so wähler mikro dann muss mir doch mit jetzt hat er dich aber auf jeden fall gehört ich war noch im startscreen heiterkeit wie läuft deine wie läuft deine forschung ich schicke ein bergungsteam nehmen sie kontakt auf und das war's dann ich hab dir geschätzt ich hab die wikipeder sollte geschickt das konkurrenten bilder sie müssen eine umantelung aber normalerweise sind dann ich will keine musiklinie ich habe vier farben wenn du es nicht sind vier farben warum ist meine spotify also vier farben sind das nicht geschnitten also warte bei wem man sagt du bist auch live oder? ich bin auch live ja ich guck grad warum ich mein spotify nicht höre es ist nicht voll im stream hört man das glaube ich aber ich höre das selber nicht obwohl ich nun da musst du das hab ich hab ich hab ich ja monitor und ausgabe ist an den check ich das ja nicht was sind das für fragen was sind das für fragen? noo hm 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 im windows hab ich auch nix umgestellt ja warum bin ich warum sehe ich dich nicht dass du lang bist man ich hab mich gar nicht angezeigt ich war jetzt bald irgendwo ganz unten oh verdammt das bergungs-team ist gerade auf diese verstärkung getroffen wir brauchen unterstützung ja hm 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 u hm 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 Ah, die hab ich ja schon schon Ja, also, weiss, das ist ja nur Das ist ja nur Das ist ja nur ich habe den aber jetzt gehört ich habe meine alle jetzt nicht gehört das ist schön ich aber leider nicht guck mal audio desktop audio kopfhörer monitoring gerät kopfhörer warum ist das so ein scheiß standard gehen machst du mal noch mal so ein alert jetzt du bist zu schnell geht nicht dankeschön für den look ich höre das nicht warum man du vergewaltigst den controller neben das ding ist auch ich höre mein gameplay du musst die capture card 9 starten ich habe das so oft du musst die capture card zum strom nehmen dann hat er kurz mal als erst aber deine denn dein desktop sound hörst oder ich höre gar nicht ich höre gar nicht dann hat sich mit der capture karte zu tun sondern sondern die den output von den ausgang also bei mir sein wo man die kopfhörer wechseln also einmal die kopfe raus und dann unten rechts man wurde bei diesem lautstärkeregler da und dann musst du deinen kopf heraus ja das ist so nervig jetzt höre ich euch wieder jetzt gucke ich mir mal kurzen ja typische ich möchte stream effekt glaubst du da nicht ansonsten hast du vielleicht monitoring angeschalten oder nicht ich habe alles was ich brauche habe ich monitoring an ansonsten alles aus game capture ist monitor und ausgabe und spotify monitoren ausgabe und die alert ich starte mal kurz meine capture card neu dann kannst du noch die farbe das ist das was ich sicher fängt das wieder an zu dunkel ja das ist besser aber für die mitte ja das ist besser aber für die mitte ja einmal ok es ist zu hell ja ich sag dir mal nur du kannst so viel geld machen mit den anderen da den wir auf die alte gelegt haben in der linken hand ja und der in der rechten ich will kommen klar okay und dann haben wir was glaubst du weiß und noch ein dunkelblau meine kamera ist so ein schmutz diese einstellungen gemacht haben mit dieser kann irgendwer noch mal die null bits alle zu machen glaube ich hab's jetzt wir haben das blau weiß anstrengend anstrengend normales weiß noch mal also ich habe eierschalen es tut mir leid wenn er so lange gedauert hat ja alles gut ok das heißt siehst du die naja ich würde sagen ist gut ok und das panda kommt das das ist nicht ab der davor ein neustart man kennt ich gehe mal kurz auf die box ist ja alles gut ich mache und jetzt nicht weiter über den reden weil er hört das noch nichts ich habe letztens über ihn geredet und da hat er sein holi verschüttet in der küche ich hoffe die farbe passt nicht so gut ja wieso nicht ich hoffe die neue ist lang gemacht weil der muss wirklich ich muss auf irgendetwas gucken ich werde da nicht also nicht später ich denke ich denke ich nehme die blau aus ich denke ich nehme die blau aus ich nehme sie den dunkel vom aber ich probiere einfach mal ich brauche immer ein e nicht ich probiere einfach immer ein e nicht ich probiere einfach immer ein e nicht ich freue mich mein also russisch 16 oh f*** Ok, ich kriegeneh triple den kann man verboten Oh my god Da kann ich da reinklären Oha Twitch.tv Flash tisch Non-squish Ohohohohoho Ob die Millimeter, Mann! Ob die Millimeter, genau! Zeig doch das nur, ob wir eine Breton gelangen kommen. So, wieder da. Ich meine, meine Breton gelangen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal neu starten. Alles gut, Pischl. Bibi, kannst du deine Hand einmal in die Kamera? Hat geht's, wir haben nicht wirklich in die Betreuung. Die müssen so dicker sein. Jo. Der besteugt mich leicht! Mann und schrägst den Mann. Aber kann man mit dieser Anwender eigentlich auch dusen gehen oder musst du sie eben nachmachen? Naja, das ist die Wiese. Hast du das auch anzuschneiden? Mhm. Ja, wir gehen damit duschen. Also ich hatte solche Armbänder fünf, sechs, sieben Jahre an, bis ich sie ausziehen musste, weil sie dann zu schlimm war. Weißt du noch, wie viele Armbänder ich anhatte? Ich hatte ja... Ich hatte... Ich hatte... Was, wie ob die ACR hier in diesem Game habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Ich hab mich mit den Waffen noch nicht beschäftigt. Die ACR müsste, glaube ich, die MTZ sein, ja. Guck, wir haben das verstopft, gar nicht. Das müsste die sein. ich bin noch relativ am anfang mit meinen waffen ich habe gerade mal die strike auf 8 die renetti auf 6 und die stinger auf 2 und die mpz auf 16 so nach gucke wie sie mal dabei noch mal ich bin eigentlich hauptsächlich nur mit ich wechsle immer hin und her und dann weiß ich trinke noch kurz noch die zigarret jemals und dann legen wir los ja ich rauch auch noch eine und dann schon wieder was was heißt das hier du bist du musst du musst dich übelst bremsen ich muss mich bremsen 600 euro im monat salva 600 was ist mit denen kriege ich oder das finde ich gut naja der raucht einfach mal 600 euro weg im monat das ist ja also kommt runter das ist ein bisschen viel würde ich sagen ja es ist auch ich rauche keine ahnung und vitamine sind da vitamine sind da bruder vitamine ist da ich lache gar nicht ja was soll ich machen ich bin heute ein raucher ja aber ich hab dir gesagt ich bin kein lm raucher oder so weißt du wie ich mein so lehrlings mal borus du musst runter schrauben es geht mir nur um deine gesundheit ja unbarmherzig was das denn hast du dem monat schon gespielt äh naja hab ich noch nicht ich will mal gucken was das ist umbarmherzig kopf-an-kopf-sieger ist das team das zuerst rundsieg limit erreicht also quasi team das match also für dich stehen ich bin lieber im ausspiel und high-rise haben wir jetzt rein ja ja und die map ist gut sehr nice ich mache in seiner weise mit was denn am anfangs jetzt an mit panda oder mit napoli ähm ich gucke jetzt mit alessandra mal die reihenfolge und dann gucke ich aber der panda geht halt schneller ich mache sowieso alles schon bereit weil dann kann ich sofort aber meinetwegen kannst du starten ja okay dann such ich okay ich hab's gleich meine finger sind zu klein gucke alessandra wie wie geht das so von den farben her ich denke schon aber ich glaube nur baby blau und weiß wird eigentlich auch reichen wenn ich mir jetzt nicht teusche ich brauch vier farben vier aber wenn du zweimal wenn du zwei farben die von denselben nimmst und zwei von davon so wie beim panda aber guck dir das zeichen an es hat weiß und dunkelblau und hellblau hast du dir das schon mal angeguckt ja hab ich das ist ja mein liebnisverein du bist ja witzig alessandra und ich haben jetzt jede farbe haar genau darauf deine individuellen farben sind blau weiß also guck ich mache es so und wenn es dir nicht gefällt mache ich dir das andere na alles gut kannst du das mach wie du das mir ist es sowieso wurscht mir ist es nicht egal ich mach das hier in zwei stunden wenn ich mich dran zwei stunden für ein armband ja frag marcel im stream hab ich das ja auch ratzfatz gemacht dann kriegst du nämlich bezahlung ich will keine bezahlung ja bist du dumm ich mach das gerne ich hab ja auch eins gemacht ich hätte marcel auch eins gemacht aber marcel hat einfach eiskalt mein gesagt ne ich trage sowas nicht gerne ich schaue nicht lieber als es war alles was man spuckt alessandra hat auch eins an äh ne hat eins aber wir haben eins gemeinsam sowieso einer ritt nach oben ah decker erstmal wieder reinkommen in die steuerung ist auf einmal so schnell kevin hat auch eins an ey ich mach wieder nur hildmarker geht das ich hab das ja nur assist gemacht ich hab noch kein kill mir ist der ball von einem fad und magier in der nacht du hast geguckt du substoß und dann guck keine scheiße ab h ja genau ich muss wieder reinkommen bei dieser map weil ich habe sie früher echt gut gefeuert allgemein erstmal wieder ins spiel reinkommen ja genau warum ich nur hitmarker was ist denn das und hat die loketten an den disco radkommel wird nur stehen die pimmel dann an die scott wird so schnitzen sollen ich will auch noch erzählen problem sol war heute sonne nicht nach oben Die sind gerade oben. Oh. Ist mir egal, was man denkt. Ist mir Jacke wie Hose, weißt du das? Mir fehlt so ein Trick, man, ich fehlt mir ein Trick. Digga, warum mache ich nur Hitmarker? Liegt da seine Pisswaffe oder was? So, ich mich schluckte, komm ab, jetzt hab ich mich langweile, während du sein Scheiß guckst. Ich muss ja echt direkt auf den Kopf zählen. Oh. Oh. Ich will deine Express auf den Malkan schon holen. Ne, man, für diese Schritte ganz nach meinem Salva-Hai und Disco-Tanker. Genau, legt er sich hin. Junge. Oh, Alessandra, Marcel und Salva haben meine Bücher gefunden. Oder auch Zeit. Ja. Also ich find die Bücher echt nicht schlecht, also ich würd sie mir auf jeden Fall noch zu Ende lesen. Wie zu Ende lesen, hast du echt weiter gelesen? Egal. Ja. Ja, genau, ich mach auf den Kopf Hitmarker, was ist denn das für ein Müll, ey? Marcel, wenn du weiter so aggressiv wirst, dann machen wir die Playstation aus. Ja. Das hat meine Mama immer gesagt. Komm doch und mach die aus. Nein, ich mach die, ich schick Sabrina. Sabrina hat heute keine Zeit. Ich frag. Guck, Beppo hörst du nicht schreien, wie ein kleines Kind. Lebt Beppo überhaupt noch? Beppo? Ne, ich glaub er ist tot. Boah, Digger. Ich krieg's an einem PC. Geh, Hau, Digger, ich check das nicht, ey. Ist weg. Muss hier instant immer auf dem Kopf sein, oder was? Okay, ich hab dich gehört, auch wenn sie wieder dazwischen gelabert haben. Entschuldigung. Okay, dann schlaf gut. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Du ekliger. Bruder, du Maschine. Boah, einer sitzt auf der ersten Etage. Ich schwöre, ich liebe diesen Skaff-Controller. Ich schwöre, das ist einfach übertrieben. Ja, ich lieb den auch, aber ich würd gern mal ein paar mehr Cates machen, Alter. Ich mach nur Assists. Und nur Hitmarker. Ja, okay, einer, Shit, die ganze Zeit da oben, den hole ich mir jetzt. Ach der. 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 Bei. Ja, Leute. Digga, was machen die denn, Alter? Die treffen gefühlt jeden Hit. Ich habe 14 Kills. Ich bin gefühlt über 30 mal gestorben, ich check das nicht. und das davon weil die alle irgendwie das komplett paket haben und alles schon freigeschaltet haben oder ist 23 mal gestorben ich habe jetzt mal um hier auf maximale stufe aber gerade dass ich die tarnungen nicht sehen kann was kriegst du denn da kim was kriegst du denn da hier ist Geh zu deinem Ammuri. Ammuri, was ist Ammuri? Ammuri. Ammuri, ach so, Ammuri. Geh zu Stega, er wartet auf dich. Wo ist Beppo überhaupt? Keine Ahnung, er sitzt nicht auf seinem Platz. Aber Beppo hat da so viele Zuschauer, warum hat er nicht den Prime gemacht? Twitch Prime? Also Partner. Er hat es ja schon versucht, er hat eine Absage bekommen. Das war viel zu wenig Chat-Aktivität. Die gucken da drauf auch. Echt? Ja. Bringt halt nix, wenn du nur Zuschauer hast. Aber er hat echt viele Zuschauer. Da fragt man sich, woran hat er leben? Die sind alle im Lurk. Ja, die sind alle im Lurk. Das ist eine meiner Lieblings-Maps. Das geht so ab, Mann. Ich liebe diese Map einfach. Boah, ich hab den zwar gehört, aber nicht gelingen. Mein Aiming ist scheiße jetzt grad. Jetzt kam. Der Controller ist einfach zu effektiv. Die haben einfach keine Chance. Schau's dir mal an. Und dann stimmt er. Ach genau. Mit Sniper ist es. Du kannst damit leider nicht Snipern. Digga. Oh, ja. Nein. Mann. Das ist so hardcore. Das ist echt so hardcore. Ich hab's mit dem Körn. Ich hab's mit dem Körn. mehr oben beim helikopter das ist einer mein aiming ist schmutz meins auch richtig schmutz ist meins ich bin grad auch nicht besser was sind die ganzen gegner ja Leute den hab ich gar nicht gesehen keine in dankeschön für die so das hat bis in die füße gezogen es war nicht voll am konzentrieren weißt du ja danke kannst du mit meinem alten herz nicht machen genau du warst ich spiel zu pervers einfach meine herr Bibi, wie schaust du gerade zu? Euch beiden. Du bist hier und das ist jetzt. Ah, nein, da war ein deutlich zu schnell. Oh, ich bin wieder da. Ja, komm zurück. Ich hab dich nochmal gerufen, ich dachte, du wärst vom Stuhl gefallen. Nein, ich sagte, ich war auch mit dem Mitbewohner gesprochen. Ich wusste ja nicht, dass du ein Jahr rauchen gehst. Ich hab mir Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Nee. Auch wenn diese Treppen hier sehr tödlich sind. Mein Auge ist wirklich besser, das kann doch nicht sein. Boah, von links und rechts. Ist doch gut. Mein Auge ist besser. Ist doch gut, freut mich. Aber ich danke, du Kamillob gemacht, du bist da. Kamillob ist eigentlich ein Hausmittel. Kamillob? Kamillob? Ja. Boah, Leute. Kamillob ist mein Auge. Was ist das wirklich? Ja, also das ist eigentlich die Umfangentzündung. Und der Doktor so, das soll warmes Wasser, also wirklich Wasser an der Masseieren. Und das halber so, das soll Kamilleteil heulen. Oh, die ist da probiert. Also das ist besser, das ist viel besser. Boah, ich weiß, dass Kamilleteil heulen ist bei verschiedenen Entzündungen. Und du verhältst ja nicht so, wenn du zum Beispiel eine Noft oder so gehörst. Ja. Boah, dieser Fruch und so mit seiner Gay-Pride-Flag, Alter. Na, jetzt ist wirklich gut, Marcel, aufpassen, wenn du im Stream. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Jetzt ist wirklich gut. Feindlicher Kontrollpunkt wurde. Weiter, ich hab glaub' ich kein bisschen mehr aufgekostet. Ich bin nicht schon mehr blind. Wenn so bauachtig, ah, ich hasse das, weil man geblendet wird, dass man ihn nicht sieht. Wenn so blöd zum Granaten werfen. Ich auch. Wo ist der Typ? Da oben. Ja. Die beobachtet nicht ganz schön. Wo schießt der Arte? Ja, leider. Die kleinen Lulatsch. Genau, ich trappe einfach nix. Da oben. Ja. Das sind ja auch nicht. Können wir schießen? Na, nicht. Wenn man da hinten sch'te lebt, wird's. Das ist alle. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. buyer's nicht. Ja. Schau. Da haben wir gewonnen. geblendet und von hinten abgeknallt ja ich mache nur hitmarker der typ hat einfach von 34 ks hat mich geschossen eine kleine anti ich fange auch gleich an zu heulen wenn es hier so einer geht und bei a kennt einer immer weiter ich gehe mal zu c ich habe ein bisschen gespielt mp2 habe ich auf jeden fall viel viel besser gespielt ja da waren auch die waffen ganz anders also wenn es dann hätte ich 90 kills oder so ich bin echt drauf und dran mir auch die vollversion zu holen damit ich auch alles frei habe ach so du hast nicht die vollversion ne ich muss alles frei spielen deswegen kacke ich auch die ganze zeit so abdenkend ich habe das spiel ja wenn ich habe nur die 80er variante ja das lohnt sich nicht da kriegst du nur diese die anzüge mehr auch nicht ok das lohnt sich nicht lohnt sich nicht da kriegst du nur die zwei anzüge und halt ein waffen skin lohnt sich nicht lohnt sich nicht dann glaube ich ein battle pass noch dazu mhm wo streng wegen marsel kriege ich neue sachen auch tu sehr gut wegen den drops ja stimmt ich habe dro Mage abz cancelled aber müsste vier stunden zugucken dann kriegst du auch auch ein Waffenskin. Ja, da habe ich schon die Hälfte verdient. Wenn ich jemanden zugeschaut habe für Animal Party, da kriegst du ja auch Party-Animal-Skin. Ich habe das schon alles. Und der hat dazwischen, der hat einfach ein 24-Stunden-Stream gemacht, der Typ. Und der hat dann ein Kopf-Tüte gezuckt und dementsprechend habe ich die Belohnungen bekommen. Schön, einen Division-Agent bei uns zu haben. Wir sind gut versorgt. Oh ja, alles klar, Digga. Die sind schon bei. Ich hätte fast einen dreifachen Kill gehabt. Der kleine Antio hatte mich. Blind. Ich trapp ihn, Mann. Was ist denn los? Du hästiger Gauner, Alter. Fick da. Olek. Olek. Okay, du bist da oben. Kein Anti. Schau mal, was ich jetzt mit dir mache, Alter. Warte, warte. Warte. Oh, ich hab dich noch gesehen, ey. Du musst ja mich so erschrecken. Was ist mit meinem Aiming jetzt los? Ich hab auch auf dem Kopf nur Hitmarker, Alter. Was ist denn das für eine Logik, ey? Hm. Ja, ich hab' die Puttarskabronn. Konjunktur. Gesundheit. Boah, wieder Oma aus dem Fenster. Ich schimke C. Ja, ja. ja dann soll er da oben stehen kann man mir auch langsam ein eier klauen über den penster über über im lkw bei a sitzt er immer noch ich wechsle gleich auf dem raketenwerfer alter man nicht bei a von oben ich muss schon sagen die gegner sind gut definitiv die sind gut die sind gut ich zerbreche den controller gleich wegen den hässlichen potzenkopf alter ja genau und wieder nur hitmark auf dem kopf ja es stimmt mit den leuten nicht oder dieser typ mann der am fenster der näher nicht am meisten ich hole ihn jetzt warum spielst du nicht mit uns ich habe jetzt granate oben rein hast du ihn noch nicht aber ich habe das ding zerstört ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn sehr gut bei a von hinten kommt er wieder an der will save wieder zu seinem camping spot du horensohn ja zu zweit oleg und so genau die drecks camper wieder ja genau da gibt man einfach ein wallbang der typ jetzt mit der band kann auch noch das sind originale juden du bist in sicherheit versprochen ich bin oben bei a oh komm die schweine ja die waffen von denen sind viel wie krank ich höre die sind sind nicht überpowered was sie da haben ich glaube manchmal schieße ich mit platzpatronen alter was bist du genau genau guck ich mache nur mit marke les mich drauf und tötet mich sofort alter ja ja mal macht doch mal einer dieses teil kaputte die brauchen mich quasi nur antippen und hätten mich sofort ja ja das ist so unnormal der kämpfer ist wieder oben bei auch ja ich komm bei c na in me3 brauchst du echt 100% aim aim musst instant auf dem kopf sein sonst machst du nur hitmarker wie man sieht hier vorne ist einer ich meine indian alter ja einer kämpft sich bei b ich kann bei a ja jede menge loot da sind zwei leute ja trotzdem verloren alter egal trotzdem guck mal 13 kills irgendwie ich check das nicht warum meine waffen nur hitmarker machen ich habe auch sehr sehr scheiße gespielt wie kann das sein dass ich 10 erobert habe man sich mal gestorben logik hallo logik egal wir sind scheiße nee das nicht aber ich ja da da wäre ja wäre wer haben auf jeden mal das hätte ich schon wieder ja wie wenn mich keiner befriedigt man soll mich dann sonst befriedigen ich brauche doch so oder so jetzt schon ich kann beim zocken nicht brauchen so fühle ich mich immer bei euch ich habe mal bei dir sein wieder mal gesehen auf ins ich habe keine schuldkröte gerettet video das ist echt ein schönes video auf jeden fall ich habe kein daubekommen er macht selder ist sehr bescheiden der möchte nicht sagen dass er tier in haudiger einer kämpfe uns hier und direkt auf dem dach wird es nicht ich schaute diese schaubrat der mal an was ist denn los mit diesem antil ich mach nur hitmarker mal was ist das von der scheiße ich stehe zwei meter vor dem auch nur hitmarker ich versuche es jetzt mal mit der snipe mann ey ja das ist doch unnormal ey das wollen wir drauf gehen ja das sind weg und die wissen sofort wo wir hingehen man merkt es so unnormal nur hitmarker die ganze zeit nur hitmarker ich verstehe einfach nicht was es damit aufsichert in diesem gebiet ist doch nichts wichtiges das ist nicht mehr lustig so weiter geht gehe ich für rüber zu einem e2 jetzt sind wir wieder in der lobby oder was ja genau wo kommst du her jetzt egal er braucht fünf schoss und ich bin da ja das hat keinen sinn okay move it muss in dem in dem spiel muss der echte instant auf dem kopf sein sonst machst du kein damage jetzt auch bald kommen meines wissens ich hole gleich meinen alten ps4 konnte richtig durch diese logik du machst nur hitmarker weiß und ich knallen sie die ganze zeit arbeite ich schick das nicht eine runde mache ich noch wenn das noch mal so gekächt wird sein wir zwei das fakt wenigstens nicht so hart ab ist auch unnormal dankeschön für deine 100 bits ich müsse deine augenbrau das wird alles ins setup investiert für einen neuen popschutz ich habe immer noch meinen plug ich bin ja im niebeugeln aber ich weiß ich ihm sagt das ist schwachsinn da jetzt geld auszugeben hat auch erreicht weil die preise die waren mal genauso haben sie jetzt ein bisschen höher gemacht über die monate was willst du kaufen ein neues mikro entweder von fai fein oder das hyper x hyper x quad cars das normale es kostet nur ein zehner mehr also aktuell ein zehner mehr muss auch noch mikro kaufen ich muss eine zweite kamera kaufen weil das problem ist mit der virtuellen kamera ist das etwas scheiße für auf tiktok ja und schon wieder hitmark alter zuerst muss ich mal mein geld investieren für das mein gaming strafzimmer fertig wird einer kann wieder da ganz oben ich renne gleich mit messer durch ich denke ich Ich musste die OMP auspacken, weil sonst keine Chance. Ja okay, jetzt muss ich ausflippen. Haben wir es verstanden? Jetzt wollen wir mal herabrocknen. Jetzt ist es vorbei. Habe ich hier auch eine MP? Mal gucken. Nein, ich will keine Sniper bearbeiten. Criker habe ich nur. Aber man merkt jetzt voll, dass sie auch einen SCAP-Controller haben. Man merkt jetzt einfach übelst. Ich muss einen Arlan. Ja die Map ist doch kacke. Die fühle ich nicht. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Mhm. Das ist ein Deserteur. Verräter haben keine Ränge. Tut mir leid, Sir. Er soll eine Politik der offenen Tür betreiben. Er war schon immer schwach. Die Zahl der Flüchtlinge bei ihnen steigt ständig. Die schlimmsten, die es in dieser Stadt gibt. Degenerierte und Verräter. Ja. Junge, du gehst mir voll auf den Sack da oben. Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Räumen wir endlich in dieser Stadt auf. Mal sehen, was das DC-62 so alles drauf hat. Ich bin auch... Ab und an bin ich echt zu hastig. Genau. Ich hab den da oben. Sehr gut. Da ist ein Aufzug, der sie in die Mall bringt. Wulson ist noch am Eingang und hat offenbar ein Mörser-Team bei sich. Sicher die Mistkerle, die das Schloss angegriffen haben. Meine Hose. Der ist schon wieder da. Ist doch Wahnsinn. Ich frag mich, wie der da hochkommt, ey. So schnell. So schnell. Feindliche Truppen im Anmarsch. Und schon wieder er ist da oben. Oben hab ich. Sehr gut. Ja. Ich mach die meisten Abschüsse bei dem Typen, weißt du. Und krieg nur ein Assist. Auch gut. Der Wilde war da. Ja. Ja. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Toxin DC-62 erkannt. Kontaminierungslevel tödlich. Ja, das ist so schwer, alter. Die Werte sind verrückt. Hier muss ein Labor sein, wo sie es waffenfähig machen. Sorgen Sie dafür, dass es stillgelegt wird. Die spielen entweder am PC oder die haben A-Line-Scarb-Controller, weil die reagieren viel, viel schneller als ich. Funktionärer. Ich tendiere auf PC und 120 FPS. Ja. Ah genau, ey. Mann ey. Alles so ne Kack Russen hier schon wieder in der Lobby. Der 2 Nuke irgendwas steht wieder oben. Dann bin ich so ne Bist-52. Ich weiß es nicht, dass ich anfänglich wollte. Erstmal bist du Liste da, aber ich schreibe das nicht an. Oh. Ich weiß es nicht. Es ist passiert akarbar hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein meistens. Ich weiß. Es gibt es nicht. Es ist nicht mehr für die Zeit. Es ist nicht belangrijk. Es ist. wahnsinn hat er mich doch neu gesehen ich bin so schnell weg man das macht gar kein bock mehr ja das ist eine kleine map ja allgemein ich mag die map nicht die spawnen, der spawn system ist scheiße naja ich habe genau wer dies von gleich hinter mir das ist wieder hochgegangen aussehen na ja genau wieder nur hitmarker so waaat hat er so richtig dran mittlerweile ja was mit meinem aiming los bitte wenn ihr mich sieht man wie ich spiele man dir denkt ich werde sofort als wirfensichtiger ja wenn man mich sieht wie ich spiele die denken alle ich bin ultraflash ultraflash voll der doob so richtiger noob und 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 Eine Laufzüge der Treppel. Ja genau, die haben so ein perfektes Aim, das gibt es nicht, 57 Kills hat der eine, egal, ich habe auch scheiße gespielt. Guck dir das an, der ist instant auf dem Kopf, alter. Das MW3 ist echt schwer geworden. Verhandeln? Warum sollten wir mit den Leuten verhandeln wollen? Moment Sir, ich frage Sie. Sir, Sie glaubt ein Waffenstellstand für die beiden Seiten. Hier ist etwas freigeschaltet. Aufsatz. Das Tempo ist voll konzentriert, Alter. Ich bin hier am Schluss der Mission. Das ist Beppo immer. Nein. Sag mal, soll ich Snipern oder welche Dinge normal spielen? Auf der Map hole ich normal. Welche Map spielte? Obwohl ich kann es eigentlich gut Snipern. Aber jetzt spielen wir gerade High-Rise. High-Rise? Ja, da kannst du Snipern. Ja, machen wir mal Snipern, probieren wir mal. Ja, aber ich hoffe, dass sie One-Shot ist, ne? Weil manchmal... Das siehst du doch ja schon an den Zets, wie der Schaden und die Reputierung ist. Ne. Ne. Okay, Alter. Viel viel Schaden machen die. Egal, schon wieder nur Hitmarker, Alter. Und weg gehst du. Ah nein, der Bus kommt noch. Nein, nein, ich spiel lieber mit Waffen. Ich hab keinen Bock mehr auf die Mordestorde. Du kannst es nicht nur hier. Ich hab keinen Bock mehr auf die Mordestorde. Du bist hier nicht nur hier. Keine Gegner in Sicht, gute Arbeit. Wundens Einheit ist außer Gefecht und die Chemie-Waffen-Pläne der True Sun sind auf Eis gelegt. schon meine pistazien augen die reagieren einfach nicht mehr so ich bin echt kein guter COD-Spieler weißt du denn ich bin echt ein guter aber ich spiele voll scheiße ich mich auch freue jetzt nächsten Monat kommt Call of Duty Warzone für Mobile raus ich habe mir jetzt schon die App von den Späten runtergeladen um das Spiel mal anzutesten und es ist wesentlich besser geworden wie der normale Call of Duty Mobile ich spiele nicht auf Mobile ich auch nicht Mobile spiele ich nur mit Controller und da bin ich unschlagbar und unbesiegbar ich spiele nur mit den Fingern ja ich kann es nicht das ist eine Sache von wirklich von Übungen es gibt so Leute die spielen so gut auf dem Handy so PUBG oder so ich spiele mit sechs Fingern wie sechs Fingern wie sechs Fingern hast du sechs Fingern Bruder ich spiele das Game mit sechs Fingern die meisten spielen ja so wie noch mal ein Controller mit zwei Daumen so würde ich spielen das kann man ein bisschen falsch verstehen dann hast du die so Gewohnheitsspieler die bringen es fertig dann mit vier Fingern zu spielen und die wo es wirklich sehr gut kann die spielen das mit sechs bis zehn Fingern ja dann kannst du bestimmt Dinge oder? ne hm PUBG auch gut spielen ja ich muss nur mein Layout richtig ersetzen das finde ich geil du kannst halt bei den Games wirklich das ganze Layout so einstellen wie du es am besten mit den Fingern spielen kannst hm und die Grafik vom Spiel muss ich sagen die haben sie äh du musst dir vorstellen die hatten die haben so die Grafik MW äh 2 auf Tablet andere da draußen wollen sie gegen uns aufetzen und sagen dass wir schlechte Menschen sind aber die einzig schlechten Menschen sind doch die die dabei zusehen wie die Welt sich selbst zerfleischt ja Digga ich pass hier voll auf die Schnauze glaube ich auch naja ich muss meine Prächtigkeit höher stellen geht nicht ich glaube ich muss meine weiter runter drehen ich spiel jetzt auch 20 ach der die schlucken so viel man ist der Wahnsinn oh joo aber ich komme von allen seiten Ja, ja, ich weiß doch. Ja, nur ein Hit-Marker. Die True Suns haben einen Versorgungszug entgleisen lassen. Der hatte auch einen Behälter mit Shape-Technologie an Bord. Und dem Signal nach haben sie ihn gefunden. Boah, das war echt knapp gerade. Shade-Tech-Behälter erkannt. Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SSD-Tech-Behälter. Ach so, du kämpfst da oder was? Kevlar. Manche haben aber auch Namen, wo du denkst, das, ey, fritt man euch nicht. Ich renne voll in die falsche Richtung. Ja, da habe ich richtig scheiße gespielt. Ich verstehe die Mechanik noch nicht von den Waffen. Ja, das sehe ich auch nicht richtig. Wir kommen gleich wieder. Ja, da habe ich auch noch nicht von den Waffen zu machen. Das ist kein Waffen. Ich hör dir. Das ist kein Waffen. Ich verstehe die Angelegenheit. Komm, ich sehe die Angelegenheit. Ich brauche sie zu machen. Da ist kein Waffen. Ich komme aber auch nicht an den Waffen. Ich verstehe die Angelegenheit. laser wir brauchen schon laser bei manchen waffen ist der laser nicht so schlecht der hilft dass die waffe nicht zu viel sprit ich muss morgen was zu essen machen ich habe wieder pfannkuchen gegessen wir haben eine pizza von gestern da ist er Oil. Ausgebert. Ja, ich bin gefühlt immer auf dem Kopf und mache nur mit, Manga. Vielen Dank. Oh, der hat mich gerade erschrocken. Oh, Mensch. Ich gericht. Ich bin mal raus aus dem Leben. Mach du ruhig deinen Lobby dann noch selber, weil ich hab voll Hunger. Ich muss das essen. Ich bin mal raus aus dem Leben. Oh. Lello. Dankeschön. Wie geht's? Wie steht's? Genau. Genau. mir geht soweit auch ganz gut nur das spiel mw3 ist echt schwer geworden ich mach nur hitmarker alter aber ja ich würde auch eben mal kurz meine pizza war machen ja bis gleich mach kurz musik an aber die sonne ist gut gespielt 13 zu 8 sie können hängt am handy deprimieren guckt euch das an guckt euch das an was im leben braucht man nicht viel um glücklich zu sein dann brauchen wir eigentlich schon pizza ja bist du dumm also kriegst du den arsch mehr auf dem stuhl ich brauche einen kuschmaul ich brauche keinen stuhl warum hast du mich den nobel share holt oh das ist so fatt im arsch weg ist ok anstatt einem pc holt ihr nobel share nein ich hab's wirklich glatt man das reicht mein arsch tut auch weh auf dem nobel share das kann sein ja das ist ja wieder eine runde startet ich dachte wir machen pause ich hab gar nicht gestartet du bist bei mir nicht in der lobby nicht mit vollem mund reden schatz geht mir leid gut aber jung ja schatz auf ja gut ne auch so fleißig am kopf meint sorry dass ich dir jetzt das antworte aber nein war ich nicht so viel geld habe ich jetzt auch nicht ich habe mir nur eine monitor halterung gekauft für meine zwei monitore zu einer tischhalterung messer und 22 key lights günstige und egal oder was nein irgendjemand die nicht da habe ich 25 euro bezahlt wie man sieht das reicht also das eine stücke hier ist hähnchen mit hollandaise das andere ist rindfleisch mit hollandaise und jalapenos was läuft hier zu viel gegner du hast du fleißig eingekauft hast du dir alles gegänzt ich habe noch ich habe noch eine cam die 920 habe ich auch auf der merkliste und das teil fein micro weil das ding das ist halt beziehungsweise wenn ich das ding abmache es hat nun 20 euro hat er füllt zwar seinen zweck aber das hört sich jetzt auch nur so gut an weil ich drei filter drauf habe einer kabelsleeves habe ich vergessen siehst du musst doch ich habe irgendwas vergessen eine lampe und kabelsleeves aber das ist ja jetzt auch kein groß einkaufen oder hast du für die lampe 150 euro bezahlt was machen sagen ich habe mir einen saft geholt du hast dir einen saft geholt guckt euch mein cooles glas an guckt euch mein cooles glas an 30 euro aber das geht aber ach für beide ist 30 euro ja das war mega schnäppchen was hast du noch etwas auf der merkliste ich weiß jetzt wo du dein erst kram hast nein nein guck dir das an hier hier was machst du so viel ich habe keinen bock nein ich habe wieder meine liebe für chipper chips gefunden aha den habe ich ständig einen ja ich lutsche gerne Leute ja ihr wollt es doch alle hören du hast aber ich kriege ihn nie auf mein einfach runterziehen aber hi Nello ich mich auch mal ein ich bin echt am überlegen aber beim Weg beim der ist ja nur noch heute oder ist er vorbei ne der ist vorbei na dann ist die 29 er hat mich sofort erkannt er hat mich sofort erkannt ne ist vorbei ja gut du hast ja noch den Samba äh pfff der Cyber Monday der Cyber Monday und den Black Friday ja ist aber erst im November ja Mann wenn du die scheiß Campbells kauf sie nein erst wenn die 20 Euro kostet also wieso guckst du nicht bei Amazon Warehouse sagt Ticke habe ich schon ich habe meine nicht selbst gekauft also alles gut ich meine eigentlich brauche ich keine neue Cam die Qualität ist eigentlich ausreichend denke ich mal also ich habe damals neues Mikro gebraucht weil wie ich gehört habe was für eine Qualität das Astro hat mach ich kein Reaction Video mehr ja ich krieg diesen Lütscher nicht auf fick dich doch ja neues Mikro müsste ich auf jeden Fall mal zulegen ein Fifi 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 der hört mein dummes Gelaber das reicht aber er hat seinen Zweck halt ist doch scheißegal ja die 10,920 pro kostet 60 Euro laut Nello echt? ich habe die zweimal ich habe die da und einmal da stehen sind aber nicht meine ne sind von Kevin ja ich kann ja nichts dafür also wenn du es richtig professionell machen wolltest dann müsst ihr das mit Cam Link machen und eine fette geile Sony Alpha A3 dann habt ihr alles richtig gemacht kostet auch gerne mal über 3.000 Euro was ey weißt du das jetzt? ihr seid so schweiner hier drüben hier drüben ich hatte ja mal ne Spiegelreflexe aber die hätte ich hier nicht ranklemmen können ich darf auch ne Spiegel ich habe sie auch gemacht mit meiner Canon 80D aber ich würde mir das mit nem Akku nicht antun mit meiner 3.000 Euro Kamera mhm wenn ich es nicht antun was 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 ist ne Küste da für ein Tunschkuch 8.000 Euro ja auf jeden Fall ne Systemkamera mhm ne aber muss nicht unbedingt System sein du kannst eigentlich auch in die digitale ist besser weil wenn du die HDR einstellst zum Beispiel HDR und da gibts ja manchmal diese kannst du leider nicht umschreiten naja du kannst auch die EOS 5D nehmen die ist ja auch nicht schlecht ja Nello ja Nello aber wenn ihr wirklich nur für PC haben wollt dann würde ich euch die Dinge haben empfehlen die Insta360 das ist die beste Cam für PC ich habe ich habe ich habe ich habe eine Rappu Cam das ist die Maus wo ich auf der Arbeit benutze die ist von der Mann mhm 10a ich bezau die Maus habe ich auch für 12 auf dem Flohmarkt ich habe die Tastatur von 3G und 10a echt Leute ich habe die eine Maus ich habe eine Bluetooth Maus gekauft die hat mir nicht gefallen da bin ich am selben Tag noch zurückgegangen und habe eine andere gekauft ich habe auch hier in der Camp stehen eine von Razer ah ich habe 3 Kameras aha von einem Perspektiven also mal ja ne guck 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 die eine ist hier okay die eine hier unten ist für TikTok und die andere ist hier zum Basteln ne die andere ist für Onlyfans die Onlyfans Kabel die linke von Kim ist für Onlyfans die die sie jetzt anhat ist für Twitch und die untere die die Dingscam ist für Füße ja du weißt doch genau für was dieses Dingens hier gut ist ich habe doch immer meine Cam hier drauf ja 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 eigentlich ist das für meine Kinder damit ich während beim Schlafen das ist das ist das ist nur für die Abonnenten er hat mich alle abonniert so wollen wir weitermachen oder willst du rüber zur MW2 gehen ich richte mich noch hier also ne ich bin fertig ja bro ich brauch nur einer komm du brauchst gemütlich einer ich geh schon mal rüber in Just Shutting und dann der Support ist kein Mord ist da Support ist kein Mord bei mir im Shadow oder was na nul wird man noch nicht an nul wird man noch nicht an nul wird man noch nicht öffnen das schloss sieht robust aus wenn sie Zeit haben bringen sie ihn zurück zu dann war aber schon drin keine Ahnung äh level 18 er schreibt er schreibt mir leider Gottes eh nicht mehr er lutscht gerade den Schwanz von Entschuldigung äh sag mal kenne ich dich ja gar nicht weiß wenn jemand auf meiner Liste steht dann steht er auf meiner Liste ja stimmt er hat uns doch supportet solltest du dann supporten so in den sei net ich trinke jetzt was ist leider kein Alkohol wir sind noch nicht Freitag ne morgen ist das Freitag ich wollte gerade sagen ihr wollt nur dass ich wieder einen Southstream mache ja ja ich nehme mir morgen von der Arbeit auch zwei Kids mit und dann geht er los ich hab äh ich hab Urlaub ich kann mitmachen und ich wollte das echt machen morgen wir machen Hi Erik Wollt ihr das echt machen morgen? Hello Na wie geht's Hallo Wie geht's dir mein Huzzle Oh ja ganz gut war Lange schon nix mehr gehört von dir Jo Jo ich weiß ich passe jetzt auch gerade wieder auf die Runde vom Kollegen auf der nicht nämlich im Krankenhaus Nello sagt macht mal wir sollen morgens auf streamen machen Leute ihr wisst nicht mit mir ja ich bin mir das nach einer halben Stunde schon voll Nello das kann ich nicht an nein hm ich hab hier noch Alkohol stehen also ich ja bereit ne ich trinke nur Kiesmischung trinke nur Kiesmischung ne du ist nochmal normalerweise kein Alkohol trinken und bleibt schon ne solange du ihn umfüllst ist alles ok aber ich trinke ja auch sowas nur das ist voll du ich mach ich mach mein Game aus Uni ja ich weiß nicht man könnte jetzt auch denken da ist irgendeine Mische drin ne wo hier ich hab Renberry Saft drin ich hab einfach so ein überlanger Strohhalm der so ins Bild reingeht ich hab mango maracuja drin Erik jo hast du Lust mit dir Fortnite gespielt? jo ich muss mal die Anfrage annehmen ja ich komm mein Hase so meinetwegen kann man starten ok das starten ja hast du meine Anfrage? Ich hab das gar nicht gesehen ey verpiss dich mit deinem Bauschaum Entschuldigung ja ja wie war dein Tag? jo recht angenehm eigentlich noch ist Alphons da? ah Alphonses spielt nur noch sein äh sein FIFA hm letzter Rotz hast du dir jetzt FIFA eigentlich gekauft hm 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 jeg Tier t 씬 jo 빛 ab aber du wirst keine packs kaufen und das gibt es für mich schriftlich bb ich lache ich das ist geldverschwendung er weiß ganz genau das ist er kippt ihren an die das gesicht an das gesichtchen an freust du schon geld hast du gibt bei fieber bin ich verrückt wir gehen locker zwei dreitausend euro rein und im tunnel sind welche ich habe gemerkt in dem tunnel genau genau 500 fps die leute das sind die rgp muss mehr beleuchtung in den zimmer setzen dann hast du auch ich bin gerade ich schwere ich bin voll aufgetreten ja ich kann erst morgen die beta jetzt auf pc oder mehr auf xbox ich habe den bvc für xbox holt jetzt darf ich erst mal call of duty 180 gb runterladen und das wollte ich jetzt nicht über mobile daten machen das könnte ich machen ich habe keine grenze ja das lustige ist ja ich habe mir auch unbegrenzt vertrag geholt nur so unbegrenzt ist er nicht das sind einfach nur 300 gb was gut ist bei uns ist also ich bin bei der post da ist unbegrenzt wirklich unbegrenzt da ist jetzt keine drüsselung drin ja und ich bin in belgien weil es ist noch mal wieder andere gut ich zahle auch 95 euro die sind echt viele erik warte 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 ich muss die punkte sammeln ich sage ich bei fortmacht ein neues event ja dieses halloween event genau und ich habe gesehen dass ich habe gehört dass michael meyer skin reingekommen ist aber anscheinend ist er nicht mehr da ne da kommt er kommt erst da kommt noch haben das noch nicht drin ok ok geil ich guck auch hinter den shop ja ich bin da auch schon ziemlich hype drauf war hier ist mega action bei uns ja einer ist direkt über mir oha mega wir können diese einrichtung nutzen um die verbindung zum satellitennetzwerk der division wiederherzustellen ach ja eric ja du kannst der avi aus deiner freundschaftsliste rauswerfen wer war das nochmal bei exonius exonius das wird in dieser welt nicht mehr passieren krass nicht dass er anstrengend wird sich fragt besser beim anderen mal was passiert ist aber ich schreibe dir nachher oder morgen erkläre ich ja alles besser ist von anfang an recht er ist mich hat einer gemessen hat dieser hohen und bomsky alder ah Marcel hat es gesagt er ist in unserem system mit dem satellitennetzwerk verbinden im noa hauptquartier sollte das möglich sein oh man ich gehe eine rauchen ich komme gleich wieder ich frage mich gerade wieso ich kein video anmache war ganz ehrlich also was da bin ich auch dabei nein ich sehe aus wie bob war leo oha erik ich sehe es so selten ich sehe es noch nicht bei mir liegt die kumre gerade der termin deswegen Na ja, Lusität, man. Verpiss dich doch mal. Liga. So, Tresor ist jetzt auch auf. Loll, jemand hat schon vorher den Tresor aufgemacht. Nicht mal jemanden gehört. Ich kann die Karte noch nicht mal mehr reintun. Willst du mal die Karte nehmen? Die ist hier. Der Tresor ist auf, aber man kann nicht rein. Was ist das für ein Witz? Ich bin auf meiner Weg. Mava Fung cooler, das gibt es doch nicht. Hä? Ne, ich komm auch nicht rein. Probischer Scherz. Was ist denn das für ein scheiß Bug? Echt probischer Scherz. Halt nicht. Also, was ich dir empfehlen kann, ist die MCW. Wenn du die gerne magst. Ich hab, wie glaub ich, auf Level 1. Ja, genau. Die sind halt üblich starker, muss ich lassen. Ich spiel grad die MTZ hoch. Ah, okay, das erste Sturmgewehr also. Ja. Und bei den MPs kann ich dir das mittlere empfehlen, das rechte neben dem Rival 9. Weiß gar nicht, was ich mir das schon verheiratet habe. Ja, mein Kollege ist da jetzt Level 25 oder so. Wir haben eben auch auf seiner Playzie gezockt. Oha, vor uns. Neben dir, neben dir. Ja, genau. Setz dich hin. Holzflock-Schrotflinte. Okay. Probieren wir mal. Digga! Alter, ich bin so grad am Rasieren, Alter. Die rasieren mich die ganze Zeit, Mann. Das fackt übelts ab, ey. Ja, Mann. O, sag mal, bin kacken. Ich spüre eine gewisse Aggression bei euch. Aber du kannst ja mal, du fackst mich so ab, Mann. Marcel! Nimm dir doch ein Beispiel an Bibi, guck, er sagt nix. Kommt alles an die Kamera aus. Nein, nein, Bibi ist immer ruhig. Ich kann aber auch anders sagen. Ja, Mann, ey, ich mach nur, Ruhren, sohn. Mach nur Hitmarker, Mann, das fackt ab, ey. Wenn man die schlucken, da ist viel. Oha. Egal. Scheiße, langweilig. Und da hinten war noch welcher. Ja, genau, ey. Pass auf, vor dir. So, ich bin wieder da. Wir kommen zurück. Gut, wo ist es, ich war. Ich war aber nicht schlecht gespielt mit seinen 26 Kills. Ja, dafür bin ich auch überfussig mal gestorben. Ja, soll ich sagen, ich bin auch auch nicht. Alles PC-Spieler hat sich ja, ey. Einfekt geht auch. Tiefluft, tollen Erik. Tiefluft, tollen Erik. Tiefluft, tollen Erik. Ja, ich bin ja auch übergegangen. Ich bin ja auch übergegangen. Da bist du in die Lobby gegangen. Da bist du in die Lobby gegangen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, danke. Ja, danke. Guck dir mal schön die schönen Schiele an, den Hund. Ich seh den Hund locker. Gehe. Na, Schieleke. So alt ist mein herzlich, Nello. Level 27, Alter. Was geht denn da ab? Ohne. Wie süße. Skydross, 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 Skydross. Skydross, Skydross. Geht so gut schon? Nein. Ich merk. Auch voll strange, wie die die Lobby jetzt gemacht haben. Ja, schon auch von mir. Und sofort wieder das Käppi angübt. Was ist das? Ich muss sagen, Bibi, ich finde Dich sehr gewöhnungsbedürftig ohne Käppi. Ich gebe es normalerweise nur mit Käppi. Ich gehe 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 mit Käppi. Das ist ein Teil bei mir. Toch mit der Käppi. Ich gehe damit im Käppi. Ich gehe damit auch Jacksen! Und mich gibst dann�emischer. Nein, nein. Vorhin hast du mir ein Foto geschickt hattest du die Käppi nicht auch beim Schlafen. jetzt sehe ich auch die kamera was für die frise erinnert mich an meinen ehemaligen besten freund müsste nächstes mal alphons wieder dazu alphons das ist ein kumpel von mir alphonsius kommen wir auf so ist wie nicki er hat sich mit kevin gestritten nicht mit mir hat sich mit kevin gestritten was ist denn da schiefgelaufen ich liebe sein akzent ohne scheiß das hört sich so geil an ich habe es nicht richtig mit erik markierte es war irgendwie die um hat sich ständig aufgeregt wie schlecht die anderen waren guck so ich mache nur hitmark alter und dann hat kevin irgendwie gesagt wenn du guck dir an was sie fressen wenn du genauso gut spielen würdest wie die scheiße aber es dann werden wir auch zehnmal besser probier mal mit der mit der singen zu spielen mit der striker ich habe ich gerade ja ich mache nur hitmarker ja ich bin mit und zeigt ein er hat er eben habt ihr schon am fuhr freigeschaltet kam fort genau ja ist bei den slot von den blendgranaten kann sein ja das zweite was man da freischaltet das ziemlich gut das gibt euch noch mal andere darlin und gesundheitsboost damit könnt ihr richtig schnell rein oder schon ich bin normalerweise ein striper spieler ich würde empfehlen und wenn du waffen spielst ohne dinge laser wie sie bei spiel ich bin generell ohne laser ohne ohne aufsätze im spiel zum morgen auch ich muss leider pengen 4 15 aufstehen gehen hallo trotzdem danke dass du da warst wünsche eine gute nacht nello gibt es einen tag an dem ich nicht spiele die bessere frage wenn wir morgen endlich spielen willst einfach sagen ich weiß gerade nicht was denn los ist man ich habe hier über die schnauze alles klar in der logo die nacht die kraft komplett drauf war nicht connected wir sind morgen da nello irgendjemand ich bin immer auf und sein nehme ich an aber dann wollen kann jetzt nicht funktionieren der hat ein aimbot ich hab noch Spaß seien Du brauchst Benji Brian, alter Tschüüü Du willst MD3 spielen, super Der hat mehr Glück als Verstand Ist eigentlich der Resistenz-Herz drin oder nicht? wenn auch mal wieder stream zurück alles gute leute wo ich eine ausnahme mache wenn ihr bei mir schreiben es gibt nur ein paar wo ich eine ausnahme machen egal wie schnell sind die also ich habe die starzen augen was erwarten die von mir ich habe sechs kids man die tüte von hauptschüler guckte an der ist so straight drauf was drin ab morgen wird es heftiger die neben dem neben der rival bei den mps und dann die mcw also wir haben eher neun oder die neben der neu also ich habe die reibe neuen amr 9 und striker bei mps ich habe die augen dann probieren wir der last knacken das knacken ich bin nicht in der lobby oder ich bin dabei freut mich dass du freut mich dass du doch hergefunden hat oh mein gott eric weiter ging es nicht ich habe nur noch zehn schuss für meine danke auch für die schnee kugel du warst ja auch anwesend da kommt einer von hinten er hat quasi gesagt brin hat seine kamera gehalten ich habe hier heute erst abgeschickt also ich habe hier gut eingepackt ich habe die auf arbeit noch mal ich würde eher sagen dass wir da gleich hin gehen wenn wir die noch einmal hätten oder wir landen auf den dächern hast du ein besen sonst fliegt du mit dem besen und nicht rennen vor aber ich denke schon dass ihr heiler bleiben wollt ok 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 wie geht es euch soll ich fragen kann sabrina besser und her gut gut sind nicht da ja ich renne dahin also die frage mich jetzt holt war ich habe einen lockt die tanzen an der zon doch die ist doch schon sehr gut ich hätte ja sonst noch mal angerufen aber du bist ja gleich können wir brauchen nicht mehr viel kommt ja auch wir schnacken aber morgen kannst du von deinem ding ist dann auch mal ein bisschen erzählen also die waffe gefällt mir perfekt andere das hätte ich auch nicht erwartet ich mache mal sein nachbar hat mich getötet stellen wir vor es ist einfach wirklich ich würde ihn auf die frisse hauen doch herr manchmal muss man auch einfach einsehen dass er besser ist in diesem spiel sind zurzeit irgendwie alle besser ich bin so am renn kacken also ich mache nur das kennt man macht dir nichts aus ich bin auch mittlerweile voll am rein sagt jeder erwartet dass ich hier voll rasiere in fortnite aber nope wir sehen uns doch oder nicht du kannst gerne aber ich wollte abends nochmal streamen wenn es ok ist wir können gerne irgendwas machen wenn du möchtest ich habe mich doch nicht eingemischt ich kenne dich mittlerweile gut es ist doch was schönes wenn die zwei menschen sich lieben oder nicht mögen ja auch wenn man stelle ist der wichtigste karte ja bald was er tut ich kann sie kommen ja auch mit einem und die frage ist doch der gar wieder nur hitmacher die frage ist wann du herkommen wollen würdest ach morgen ist freitag Marcel wollte nämlich saufen wir wollten einen saufstream machen ich würde aber nicht saufen ich würde nur keine ahnung Kiezmuschel trinken was ist denn bei euch eine Kiezmuschel? Radler Pola Bier oder wie? ne Radler ganz normal Zitronenbier ah ok jetzt verstehe ich oh mein Gott liegt oh Digger der fackt mich ab man fuck what fuck what ja man so hat sich da oh aggressionen oh mein Arm tut mir gern ich bin ja erst um 8 zu Hause und wurde um 9 anfangen zu streamen deswegen aber für ne stunde wollte ich den streamen ja nicht anschmeißen fuck meine Mutter echtchen au ich bin in die Lobby gegangen ne mhm ja sonst können wir Samstag was machen wenn du wenn du wenn du da noch nichts vor hast ich hab ja Wochenende Samstag, Sonntag, Monder frei die streamen wir morgen oder gar nicht ich werde da sein babe babe zahl mal ja streamen wir morgen gar nicht gehen wir mal über Zip ok sabrina danke dass du trotzdem noch da warst schlaf gut gute Nacht grüß gute Nacht grüß nabend schreib schreib aber noch schöne gute Nacht was wirst du denn morgen so gedacht was wirst du morgen zu springen vielleicht würde ich auch mal wieder in portland reinhasseln das bock auf diesen worten ansturmen was macht der bebo hier der ist immer noch hier im ding muss mal vor die tür ja ich bin krank geschrieben also bis nächstes wochen montag ich bin gespannt wie es jetzt hier auf rast schreibt einfach nach eric wir haben noch sehr viel zu bereden so viel passiert ok ich werde sowas von kreppieren weil ich falle mit meinem eric marcel hat endlich meine bücher gefunden endlich wie lange habe ich eric gekannt als er meine bücher gefunden hat direkt am ersten tag immer wach von kuhlmann der ich glaube da hat ein bot oder so ich finde deine aktive art ist meine ich bin auch ganz ruhig nein du bist ein kassi hallo bitteschön sprechen nicht schön sprechen das willst du jetzt von mir egal ich muss sagen aber die striker finde ich viel viel geiler ja die striker habe ich noch nicht angetestet deswegen da kann ich noch nicht mitreden die striker ist übertrieben überpowered ok wenn du das sagst ich versuche die ganze zeit schon auch ernst zu machen irgendwie klappt das nicht immer du bist noch nicht warm alles wo ich brauche ich bin schon warm aber ich habe auch gar nichts mehr mit meinen pistazien augen ich brauche hier ich schreibe doch nicht ich schreibe doch nicht du hast glaube ich ein gutes headset keine ahnung ich habe das selbe wie du mein schatz ja dann mal leise ich schreibe doch nicht nur hier ganz normal deine schütte oben sein fußpilz ja mein gott man nackt meinen arsch im rohr sehr schön was ja immer an einer ja genau wieder nur hitmarker ach mann ich hätte noch zwei kids gebraucht dann hätte ich meine wie toll was habe ich gemacht einmal zweimal dreimal jetzt werden wir dann gefickt egal noch langsamer nach die sind so schnell ich bin so instant dauerne da ja ich finde sie nicht so gut oh mein gott jesus christ ein 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 ja genau ich mache jetzt machen sie gehen mich oder was junger die logik schon wieder schade dass man die kack spiele nicht zurück dem kanal also vorbestellt die brauchen geführt nur drei pistolen schussverweise und ich bin weg und ich gefühlt ein ganzes magazin kennt man ja noch ein cd dein vater ist somit vorne und du elender oh mein gott ich laufe um mein leben der schutz geht das von müssen oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein 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 oh mein gott ich krieg so den arsch versorgt dann warst du noch nicht bei mir da hast du darauf gewartet aber ich bringe das spiel bei kleine arschbacke er lasst einer kämpft da oben noch zwei vor der kleine anti einer liegt direkt runden an diesen bundelding ach man kimberley wo kann der deine herr alter acht von oben runter gesprungen dieser nutten sohn ist echt anstrengend die channel oben oh mehr du schwanz bekomme ich zu den arsch versuch der regel der du wenigstens auch doch ich habe auch ein bisschen strudel hat und so genau so fühle ich mich nicht so allein das kommt durch kämpfen du bist halt einfach fünf minuten geblendet ist blind granaten so stark ja die blende blende kanalung dimension drei sekunden glaube ich blende die dann kommt meine schätze ich bin bereit oder sind sie wirklich ready dann fangen wir an die hose runter block mich doch nicht gott sein hat sehr sehr schlau gemacht er hat das ding den wächter bei unserem blocken eingelegt um einen bus sie hin gespawnt ist auf diese tante da aufpassen jetzt kann sich übertrieben fett auf die schnauze mein glück ist vorbei ich bin aber auch echt auf gestorben stirbt doch einfach ok 33 ging stirbt ich werde den stream ausmachen ich gehe sowieso jetzt hauptsache reden weil du kriegst ja die in die erfolge dafür ist egal ich gucke mal ich habe ihn auch gerätet aber er ist nicht online das ist egal wenn du stinger wählt es kannst du auch exolius reden und der hoppelhase selber verrat pixel dankeschön für den lörd aber ich jetzt offline kommen die sie wie sie kommen sie zu uns kommen sie kommen sie in ihrem wunderschönen die sie im keller des weißen hauses eingerichtet so ich werde euch jetzt zu tun wie kannst du mir das mit dem nitro alles muss ich da irgendwas verstehen oder das können wir da alles machen jetzt für euch das bezahlen noch was bezahlen warum mich ein penner nicht du wie wie es immer der trainer warum immer ich mal nicht mal auf die ausländer das wenn ich mit wann nicht recht von die überhaupt nicht mit anzeige es raus madame stört mich das nein der mich stört das warum du bist frech und das stört sich erholt voll sonst wie ich dachte genau das magst du an mir und jetzt statt sich wird die zeugen liebe ich aber nicht so erik rechts von dir oh mein gott hinter mir ja genau die eis füße einer kämpft auf dem heli da fragt mich ultra ab ich bin raus wegen inaktivität du kleine hund so schön sprechen wir müssen eine dreckige nutte er mag das nicht er mag es nicht wenn ich fluche das ist ja nicht ladylike ja bei bb wenn das dreckige huren söhne sind ja ich mag auch keine huren söhne aber das sind huren so verstehst du kleiner hässiger camper du elender mal da wir doch schimmelt bitte bist du wieder da erik sorry spiel heute mit einem kollegen ok alles gut pixel dann bist du morgen wieder bei uns weil sonst fangen wir an zu weinen weil du nicht bei uns dein vater ist sagst mir ein ganz großer ich suche mir high ground weil das hier ist mir ein bisschen zu viel das hier ist mir ein bisschen zu viel eine können und obi waren ich habe verstanden aber ich höre zu die zuschauen kann ich nicht was funktioniert was ist das für ein vieh wir haben einen notruf aus new york erhalten oh mein gott wie stirbt das warum stirbt das nicht das stirbt nicht damit können die handwerker und techniker neue ausrüstung herstellen um einfach ist das ein horrorfilm das ist der wahnsinn nein ich schlitte auch runter mein gott die kommt zu 100 ein nein 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 was ist das für ein vieh ja was willst du jetzt ich habe keinen bock mal jetzt ist ein schluss hier hatte ich gehe bisschen näher zum bus wieder ich versuche zu überleben ich bin tot oder nicht müssten seine so gelagert nein ich bin jetzt ich bin sehr nett ich bin sehr nett bitte lassen sie mich ich komme nicht weg die kleben mir so dermaßen am arsch das kann doch nicht sein wir sehen uns du bist so eine ekelhafte huge echt so lassen sie mich bitte in ruhe der bus geht nicht kaputt ach du nein war kann sich jetzt plötzlich so oft aufs maul also eric wenn wir das hier überleben ich würde dann sind wir der king ouch andere waffe nordische oh mein god neeeeee noooo neooo noooooooooo naoooooo oh mein gott oh mein gott na XRun nii es ist eine creepy lade er hat mich ins aus gekickt bin ich auch uy Einmal ein paar Aufträge gemacht. Bereit machen? Genau 50.000 EP gemacht. Dann lass wohl mit Auffüllen machen. Ach, es tut so gut, sich mal hinzusetzen. Was sind denn für Aufträge? Ganz viele Punkte sammeln und so weit. Da bekommt man dann schon noch eine Spitzsacke. Zerstöre Gebäude mit Explosionen, eliminäre Würfelmonster. Rüste Waffen. Hilf beim Öffnen von Drohnen. Kriegen wir hin. Machst du Breite oder bist du Lobby? Ich bin Lobby. Okay. So. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen Sabrina nerven gehen. Schläft ihr nicht schon? Ja, die hat mir noch eine Spannachricht geschickt. Wenn wir noch anhören. Also Marcel, ich finde das nicht gut, dass ich morgen jetzt nicht bei dir schlafe. Das kann angehen, ja. Das weiß ich nicht. Aber die ist ja abends sowieso unterwegs. Du kannst machen, was du willst, aber du wirst es bereuen. Ja, das stimmt. Ja, du musst bedenken, sie sind nicht zusammen. Er darf machen, was er will, aber er wird es bereuen. Okay, mach mal mit auffüllen. Das ist einfacher. Glaub mir. Auffüllen? Yes. Ich bin ja morgen wieder am Start. Okay, Marcel. Auf Wiedersehen, Marcel. Schlaf gut, Marcel. Auf Wiedersehen gehört. Tschüss. Schlaf gut. Jawohl. Für mich ist auch vorbei. Ich bin dann weg. Tschüss zu, alle.